Ich bin wieder unter B Hallo? Oh nein! Der Chat ist so... Oh nee! Hä, kann ich den Chat nicht drehen? Verdammt! Ey, ihr seid, der Chat ist so und ich bin so. Also alles, was ihr schreibt, ist einfach... Und das ist nur drei Zeilen lang. Wir werden den geilsten Stream ever haben. Bei uns auch alles falsch. Labert nicht! Ey, woran liegt das? Ich bin so schlecht, was Technik angeht. Ich bin wie Jens. Das Bild bei euch ist verdreht. Ich muss Hugo wecken. Ich muss wirklich... Scheiße! Bildschirmsperre? Ich muss Hugo wecken. Oh nein! Das ist so scheiße! Und das ist der Chat hier, ne? Ja, das ist doch super. Danke dir. Chat, ich hab das Jens-Heinz-Richard-Syndrom. Jens-Heinz-Richard-Krissala-Syndrom. Das habt ihr. Sobald ihr 28 werdet. Ich weiß nicht, wer hier 28 ist. Der weiß, von was ich spreche. Und damit geht's technisch bergab, leider. Jo, bro, neister Bart. Dankeschön. Danke, ich hab Vollbart bald. Ehrlich. Ab 30 baut man auch Muskeln ab. Pass auf deine auf. Hi. Hello, how are you? I'm fine, how are you? Very well. Great. Was ist deine Skin... Kevin, was ist deine Skincare-Routine? Was ist das für eine Frage? Ich geh duschen und dann creme ich mich halt ein bisschen ein. Handcreme noch jetzt bei kalten Tagen. Sascha hat am Flexen mit erlegten Tieren an der Wand. Und ich sag euch, der schaut einen übertrieben an. Also dieser, genau der da ist, der schaut einen in die Seele. Ich bin davon überhaupt kein Fan. Überhaupt, also wirklich 0,0. Wo bist du denn, Digi? Ich bin in Val d'Isère, so heißt es. Das ist der Skiort hier, Val d'Isère in Frankreich. Das ist überkrass. Ich bin draußen. Du musst sehen. Sieht man, dass es auch gerade schneit? Das ist überkrass. Da unten ein paar Häuser. Irgendwo da unten auch Jens, irgendwo da unten schläft Jens. Habe ich das Haus auch schon erfolgreich verwechselt. Dort den Schneeball falsch geworfen. Hab zum Glück nicht gegen Scheibe, sondern nur gegen Fensterrahmen. Muss man auch erstmal schaffen, aber überschön. Guckt euch das an, bitte. Guck mal, was es für ein Sofa ist. Hier frühstücken wir. Hier noch ganz interessantes Bild, finde ich. Das geht nicht besser. Auch hier die Lampen, diese Inneneinrichtung. Bis auf die Tiere und auf das Bild. Meiner Meinung nach, also nur für meinen Geschmack. Hier draußen diese Fensterfront und alles Holz. Diese Detailarbeit, es ist so heftig. Hört euch das an. Es ist einfach Holz. Hier noch so ein Hot Tub. Wir können hier, ich glaube, Hugo hat schon Hot Tub Stream gemacht. Kannst mit Edding noch deinen Namen aufschreiben. Von den Leuten, die suppen, auf dem Arm. Hier auch noch überheftig. Das Fenster auch. Ich weiß nicht. Das ist so weit oben, aber irgendwie hat das was. Küche ist direkt hier. Oh, hi. Das ist wirklich auf einem anderen Level. Kaufst du das Ding? Nee, aber wir haben im Internet nachgeschaut, was es hier eine Woche kosten würde, zu mieten. Und das ist Jenseits-Chat. Also ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in einem Chalet. Ich werde auch nie wieder in ein Chalet, glaube ich, gehen. Weil das ist so, das kannst du dir, das kannst du dir nicht leisten. Also danke auf jeden Fall nochmal an Samsung. Das ist übertrieben heftig. Mit wem bist du? Also insgesamt sind 26 Creator da. Verteilt auf drei Chalets und eine Lodge. Mit Mitarbeitern noch und allem drum und dran. Genau. Hier in diesem Chalet schlafen fünf Leute. Das ist einmal Constanze. So ist ihr Name. Von der Agentur. Hier schläft Phoebe, Hugo, Olli und ich. Das war's. Fünf Leute. Und ich bin auch froh darüber, weil die Alternative wäre gewesen, dass ich in einem Chalet gewesen wäre. Mit Sebastian und, also mit Revi und mit Jens. Und ich sage euch eins, ich wäre dafür der krasseste Frühaufsteher. Ich hätte alles dafür gegeben, um sieben Uhr jeden Morgen reinzuplatzen bei Jens. Das wäre mein Traum gewesen, sage ich euch ehrlich. In dieses Eikos riechende Zimmer. Ich habe vorher zehn Minuten mit Jens telefoniert und in der Zeit hat er sich zwei Eikos durchgezogen. Das kannst du niemandem erzählen. Ich mache in Zukunft TTS Autofahrten, Broski. Ich glaube, wäre gute Ablenkung für lange Autofahrten. Geht nicht Kilian von der Autobahn live? Und ich glaube, Monte, Marcel auch, ne? Aber ich höre auch gerne einfach Musik beim Autofahren. Für mich ist das die beste Ableckung. Einfach geile Musik an, die man auch sonst vielleicht nicht so hört. Und dann einfach drei Stunden fahren, weißt du? Einfach Videoformat auf Entschuldigung angelehnt. Leute, es ist soweit für den Realtalk. Ja, ich habe zu viel Geld ausgegeben. Ich habe Steuerschulden. Sorry, ist nicht witzig. Daran musste ich jetzt nur denken, so bei der Thematik, wie das aussieht. Auch wichtig, der Blick immer nach links. Nie in die Kamera gucken. Ja, da waren zu viele Einkäufe im KDW mit Marcel auch in Berlin. Bisschen trauriger noch. Und dann kam der erste Brief von dem Finanzamt in gelber Form. Und dann habe ich die Summe gesehen und habe auf mein Bankkonto geschaut und wusste, das Zahlungsziel in zwei Wochen mit der Summe kann ich nicht einhalten. Ich bin insolvent. Wie war es? War besser? TikTok rendert schon. Ach man, ey, übrigens, guckt euch das an, der Koch, der macht hier keine halben Sachen. Ich kann es nicht essen. Selbstgemachte Cookies. Wie krass ist das? Ach komm, ich nehme ihn einfach in die Hand. Wird eh Hugo essen. Guckt es euch an. Oh mein Gott. Oh, der riecht so süß. Oh, der riecht so süß. Der riecht so gut aussehend. Okay? Ja, was nice to meet you. So, is there the coconut mousse still in the fridge? Chat, er hat für mich gestern Kokosnussmus gemacht, dass wenn ich nach Hause komme, ich das essen kann. Ich habe es nicht gegessen, weil Süßigkeit halt. Aber ich werde es heute essen. Oh mein Gott. So, your name for the stream is? Chris. Chris. Yeah. Chat, das ist Chris. Und der macht hier, warte, da hinten, das ist Thermomix. So, you use this device? Chat's best friend. Ah, it's Thermomix, right? Yes. Yeah, yeah. Nice. It's a amazing machine. Yeah. Seid mal ehrlich, er sieht gut aus, ne? Hier einfach Kamin, aber mit Kühlergrill auch, so wie ein Auto. Sieht aus wie von einem BMW oder so. Roomtour beginnt jetzt. Chat, ihr habt es gesehen. Den Wohnbereich, nochmal aus der Perspektive, ne? Hier waren wir gerade drin, Küche. Draußen Balkon. Hier der Hot Tub. Hier ist jeden Morgen Frühstück und Mittagessen. Riesensitz, Area, Fenster, Fernseher, Kamin. So, Toilette Nummer 1. Bam. Mit Statue auch. Perfekt. Mehr braucht man nicht. Luftkerze dabei. Ich habe mir, ironischerweise, wirklich überlegt, eine mitzunehmen. Ich habe gedacht, ich kann nicht. Hier pennt Olli. Ist nicht da. Zimmer können wir nicht anschauen. Würde ich nicht machen. Auch wenn die hier dreimal am Tag aufräumen. Egal, wann ich hier reingehe. Es ist schon aufgeräumt. Die räumen nochmal auf. Auf dem Level. Warte, ich mache episch. Jo, was geht? Kommt rein. War cringe? Oh mein Gott, okay. Als ob es so cringe war. Okay, dann nicht. Egal, wir fangen an. Mein Zimmer. Halbes Bild. Koffer hat gefehlt. Ja, dann war scheiße. Das ist die Toilette. Hier verbringe ich auch viel Zeit. Normale Toilette, kleiner Raum. Kein Waschbecken. Dazu kommen wir später. Hier riecht es übertrieben gut. Und es ist der wärmste Raum. Aber ich sage euch jetzt mal eins. Wenn du hier reinkommst, bitte. Ich habe das am Anfang nicht gesehen. Gestern Morgen. Ihr seht schon den Schatten. Ich dachte, das kann nicht sein. Was soll das denn? Du gehst aufs... Also, es tut mir echt leid. Auch für Leute, die es nicht sehen können. Ich muss es einmal zeigen. Du kommst rein morgens. Übel verklatscht. Und ich erschrecke mich so hart. Ich denke so, was ist hier los? Äh, Kleiderschrank. Und da ist direkt die Frage an euch. Seid ihr Leute, die aus dem Koffer leben? Oder räumt ihr aus? Ich muss ausräumen. Das ist mein Kleiderschrank. Hosen, Sweatshirt, Hoodies, T-Shirt, Tanktop und so Sportsachen. Ausräumen muss. Viele schreiben auch Koffer. Chat, ich muss es euch sagen. An alle, die Koffer schreiben, ihr müsst ausräumen. Räumt aus. Das ist ein Gamechanger. Hier ist mein Bett. Hier schlafe ich. Da noch Wasser, Biotin-Tabletten. Leute mit Haarausfall kennen, wissen ganz genau, von was ich spreche. So, Kopfhörer, Uhr. Das ist absolut wichtig, wenn du im Flug schläfst. Weil niemand sieht, dass du mit offenem Mund schläfst. Bademantel, Waschbecken. Hier auch Aussicht. Wenn du duschen gehst, machst du hier auf. Also, du siehst, was hier abgeht. Schnee. Die Autos kommen nicht mehr hoch. Das ist der Weg für die Autos. Die sagen schon, wir fahren nicht mehr. Gestern, ich weiß nicht, wer bei Hugo das gesehen hat. Ein Fahrer hat es geschafft. Er ist bis nach hier gefahren. Wir sind fast da hinten in die Wand rein. Er hat nochmal so im letzten Moment den ersten Gang reingehauen. Mit so einem leichten Drift gefühlt. Das war überkrass. Dusche. Klar. Das war mein Zimmer-Chat. Wie fandet ihr? Hier, Eingangstür. Hier ist auch komplett. Schuhe aus im ganzen Chalet. Regel Nummer 1. Eingangstür. Zack, zack. Ich mache einmal auf. Wäre auch geil, wenn jetzt Jens da stehen würde. Ehrlich. Ja, steht nicht da. Hier nochmal die Aussicht. Da seht ihr mal, wie viel Schnee auf dem Auto liegt. Die fahren nicht mal mehr. Das Auto ist hier stuck. Hier ist auch der Berg. Guckt es euch an. Oh mein Gott. Gönnt euch mal diese Optik, Dicki. Ja, irgendwo da hinten geht es zu Jens. Wir können auch nachher mal runtergehen, wenn ihr wollt. Hier ist Phoebe. Hier ist Hugo. Hugo ist, glaube ich, im Zimmer. Ich will den jetzt nicht wieder nerven. Hier auch wichtig, Chat. Oh nein, ich glaube, hier ist Hugo. Es geht weiter, Chat. Hier, du kommst runter. Direkt erstmal Spiegel. Ja. Hier war ich ehrlich gesagt selber noch nicht. Hier ist das Zimmer von... Wer pennt hier? Da ist mit Stockbett auf und so, ne? Hier pennt niemand. Ich glaube, da ist doch Emily, oder? Oh, da ist Emily. Gut, aber nicht im Stockbett. Ach, sie ist nochmal im Raum weiter, ne? Geht es da noch weiter rein? Jaja, das ist doch nicht Emelies Zimmer. Bro, 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 wie kriege ich... Nein, also, das Zimmer ist auch schön, aber... Da geht es nicht weiter, glaube ich. Mach auf. Wo der die Pell... Also, guck, ganz leicht, mit einem Auge nur zugekniffen. Emily pennt doch nicht hier. Das ist Toilette, oder? Ah, okay, hier ist ein Bett. Ja. Ja, hier ist auch ein Bett, okay. Aber... Ich dachte, die pennen hier. Das ist... Das ist... Jo, jo. Ne, da... Was? Die haben abgeschlossen. Ja, ja, ich schwöre, es ist abgeschlossen. Der krasseste... Also, das ist ein Raum. Der ist jenseits... Also, der ist überkrass. Ja. Wir kommen nicht rein. Einfach abgeschlossen. Hallo? Das war's. Das ist das Chalet. Übertrieben heftig. Ja, jetzt nicht hinfallen. Das wäre das krasseste. Weißt du, wie man da am schnellsten... Weißt du, wie man da am schnellsten hinläuft? Hier Schlitten wäre überkrass. Also, überleg mal, mit Schlitten und dann noch Lift. Also, so Lift-mäßig, dass du wieder zurückkommst. Und einfach mit Schlitten zu dehnen. Oh mein Gott. Okay, warte, warte. Ja, ja, ja. Ich hab dich... Oh mein Gott, das hat jetzt gerade fast beide gelegt. Das ist hier im Kühlschrank. Das ist hier im Kühlschrank. Darf ich öffnen? Ja. Oha. Zum größten Teil meine Bestellung, ja. Oha. Was... Wie viele Getränke? Wo sind Süßigkeiten? Ach hier. Ein Bueno. Oha. Ich hab ne Big... Oha. Darf ich rein? Ja. Direkt erster Eindruck? Ja. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Es macht Spaß. Sehr egal. Das ist Annas Zimmer. Ja, Annas Zimmer. Was ist... Wo ist dein Zimmer jetzt? Da ist mein Zimmer. Wirklich? Ja, klar. Siehst du direkt. Es riecht an einem Eikos. Ja, ja. Ist dein Zimmer. Ist mein Zimmer. Ist dein Zimmer. Ist mein Zimmer. Ja, guck mal hier. Da weißt du ganz genau, wer hier wohnt. Aber warte mal. Er hat auch so eine Badewanne. Warte mal. Sorry, wusste nicht. Die offene Badewanne ist mein Kleiderschrank. Oh, ich laufe links. Du hast doch kein... Du hast doch auch ein Wasserhahn. Ja, doch. Also ihr habt da drüben... Euer Haus kostet... Warte mal. Ich hab's vorher extra nicht gesagt, du Idiot. Ja, aber ihr habt doch drüben Wasserhahn. Ich hab extra nicht gesagt, wie viel es kostet. Weil ich mir dachte, Samsung vielleicht nicht so cool wäre. Und so mal sagt, du haust einfach raus. Du sagst zu mir, ich lieg immer. Du sagst alles. Du liegst meine Handynummer. Es ist doch kein Verbrechen, dass man sich recherchiert, in welchem Haus man hier lebt. Weißt du, was das hier für... Dritter, Achter, Angelcamp 3. Jetzt hab ich's gesagt. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es jetzt... Weißt du, wie viele Leute mir auf diese Story geschrieben haben? Ha? Dritter, Achter, findet's wirklich statt? Das ist so. Ja, jetzt findet's statt. Nein, 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 keine Garantie, keine Garantie. Okay, also ich zeig euch jetzt unseren... Oh, okay. Ja, passt auf, aber es ist kein Vergleich zu eurem... Ja, aber so. Guckt es mal bitte an. Okay, krass. Okay, krass. Okay. Bro. Das ist krasser, also ihr könnt richtige Basen schwimmen bei uns. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, okay, aber das ist schon krass. Die Optik, die Optik, krass. Kommt alle mal rein. Einzelchat, wenn wir reingehen. Ja, wer schreibt jetzt drei, du Idiot? Einzelchat, wenn ich mir Glatze machen soll. Äh, nein, mach ich nicht, Bro. Okay, jetzt pass auf. Ja. Wettbewerb. Ja. Wir machen jetzt Wettbewerb. Ja. Das musst du hier kurz hängen, bis 13 wieder zurück. Ich kann's hängen. Wie, ey, ich kann's, ey. Das ist... Komm mal nicht weg, komm mal nicht, ey. Mach da mal gleich ein Problem, ey. Gib mir doch mal rein, ey. Warum bist du so? Jet, jetzt habt ihr Einblicke bekommen in das Chalet von uns und in das Chalet von Jens. In deine Nase passt ein ganzes Skigebiet. Ich hoffe, mich bricht jetzt einfach Internet ab, ehrlich. Hier ist einer bei dem Event, den hab ich kennengelernt, ein Traitor. Er hat einen Flugschein. Du darfst zwei Punkte... Was ist das eigentlich für eine Kamerasicht? Du darfst zwei Punkte in Flensburg haben, okay? Chat, ich bewege mich gerade auf leider vier Punkten in Flensburg. Machst du das for real? Ja, ich will meinen Flugschein machen. Ich hab sogar schon, äh, wenn ich... Wenn ich's, ich würd's, glaub ich, sogar ein Flugzeug leasen, tatsächlich, mit vier Punkten in Flensburg, kommst du nicht weiter. Boah, hier gibt's da Feuer. Kein Feuer an. Warum krieg ich's hier nach Verwandern? Du, doch, du siehst reich aus. Warum so nicht reich aus? Ja, die Brille und wie du... Also, halt, schaust du Schuhe an? Ja, schuhfreies Chalet. Die wohnen doch hier nicht. Ja, aber haben die uns gesagt? Na jetzt, komm. Die wischen jeden Tag durch. Na, darum, darum kannst du den Schuh anwischen. Deswegen? Ja, also du bist gar kein... Dann merkt man einfach, dass du reich bist. Du hast gar keine solle Denkweise. Du hast gar keinen Respekt mehr. Die wünschen sich einfach, dass du Schuhe aussiehst. Du denkst, hey, alles bezahlt, bekommst du hierher. Was juckt mich das? Respektlos. Ich hätte das passiert, wenn man auch ein bisschen abhebt. Ehrlich, andere Frage, Jens, okay? Angenommen... Ist das jetzt hier ein Interview oder was? Nein, nein, nein. Was ist das überhaupt... Wie machst du denn das hier? Meine Familie schaut so. Was ist das hier? Wir haben gestern noch überlegt, dass ich hier nicht hinkomme. Mit der Brille. Ich schwöre, ich bin auch direkt drinnen. Und wer bist du eigentlich? Ich bin Wascher. So, haben Sie jetzt hier auch mal... Habt ihr hier den Praktikanten hingesetzt oder was? Darf jetzt hier der auch? Dann mach mal deine Frage. Wenn du jetzt eine Nummer löschen müsstest aus deinem Kontaktbuch. Eine Nummer jetzt. Oder wärst du das? Noch eine Frage. Ich will einmal Ronbilecki sein. Ich will einmal Allerjuteste sein. Einmal mit dir da sitzen. Und das bin ich gerade. In so einer Kulisse, weißt du, von so einem Luxushotel. Ruh mal die Flasche jetzt. Einmal ausschütten. Kaufen und ausschütten. Hinten dran stehen zwei Frauen. Die Warze guckt drauf. Und da vorne den machen. Du redest nur so weit, weil ich da bin. Mach das ran. Würdest du bei dir jetzt fast so reden? Natürlich nicht. Ich kenne doch deine Mutter. Ja, ja, so. Blau, blau, blau. Aber auch, gell? Du bist ja immer noch wie, wirklich, wirklich. Du bist doch jetzt auch mittlerweile 27. Immer noch wie ein 17-Jähriger. Es kotzt mich an, ehrlich. Ich will mit Phoebe mehr sprechen als mit dir. Ich wollte doch nur über die Paulerlieg reden. Ja. Guck mal. Hey, hast du die gekauft? Ja, ich hab das in der Telle. Oh, hast du da auch in schwarz? Guck mal. Phoebe ist da. Wir haben jetzt endlich die gleichen Schuhe. Guck mal, extra hier die Kleineren, ne? Weil hier. Ja, ja, die sind gut. Toll. Nee, richtig gut. Ach, das ist ja gar nicht mein Livestream. Danke, dass du gezeigt hast, aber. Welcher von wem ist das? Das Stream-Mates von Sascha? Emily Purz ist da. Sascha Rücks ist hier. Sascha Rücks. Nossi Wix ist da. Nossi Wix. Das sind alle da. Nossi Bikes. Oh, der war so. Ey, ich hab letztens, hab ich Emily erzählt, da hab ich eine Instagram-Verlinkung, kein Wix. Sind das Cookies? Ja, ja, kannst du mal an Sascha gemacht. Oha, ist auch cool. Probier mal, ich bin Backstream-Boy. American Park. Ja. Sag ehrlich, wie ist es? Boah. Sascha, krass. Hast du Backstream gemacht? Ja, ich hab mit Rezepten rausgelassen, hatte vorher Backstream, ja. Nein, ehrlich, mit Chris gemeinsam. Chris auf Englisch. Ja, ja, ich hab auch auf International gestimmt. Ich stüm ja jeden Donnerstag auf Englisch. Wirklich? Ja. Also heute ist Ausnahe. Stimmt, fast vergessen. Donnerstag ist mein Internationaler Tag, weißt du? Wir gehen jetzt in die Stadt. Jens und ich müssen, wie gesagt, noch so schnell eine Brille kaufen. Wir gehen unten ein bisschen abchecken. Wir reden mit ein paar Leuten vielleicht. Vielleicht finden wir auch Leute, die hier leben. Wir können ein bisschen mit denen labern. Und ich bedanke mich auch für euren Support, dass ihr heute da wart. Wir sehen uns morgen im Stream wieder. Wir sehen uns morgen im Stream. Wir sehen uns morgen im Show.